Jetzt geht es endlich mal los. Peinhorscht. Peinhorscht. Ich bin's nicht. Welchen hast du denn? Den Gartenmann. Ich kann's ja immer sein. Ich weiß. Zufällig? Weiß ich das. Hä, warum bin ich denn der... Was soll das? Das weiß ich nicht. Du bist es. Ich hab schon so viel das Spiel verlassen. Warum nur? Angst. Also, ich sag dir mal eins. Angst. Ich bin nicht der eine Dicke, sondern ich bin der andere Dicke. Heute mal zur Abwechslung. Das ist doch schön. Findest du vielleicht schön. So. Run, rabbit, run. Run, run, rabbit, run. Wo seid ihr denn, meine Häschen? Nicht da, Häschen. Ich bin nicht dein Häschen. Alter, haben die den Sound irgendwie verändert? Warum? Der ist so wuchtig. Er war doch sonst nicht so mega wuchtig. Also, bei mir ist er gerade bisher noch nicht so wuchtig. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich in der Riesenhütte. Und es gibt nichts hier drin. In der Riesenhütte. Okay, danke. In einer. Es gibt doch hier nur eine. Naja, also, je nachdem, was man mit Riesig versteht. Also unter Riesig versteht. So. Ihr sollt rennen. Ihr sollt bluten. Ihr sollt sterben. Oh, ich bin richtig aufgeregt. So lange Zeit, mal wieder Jason. Ich hab mir gerade in der Badewanne die Dokumentation angeguckt. Freitag, der 13. Ah, okay. Es ist so interessant. Er hat 500.000 Dollar gekostet. Und hat also so eine immense Summe eingebracht. Ähm, ja. Aber das steht hier auch doch immer im Ja, aber wirklich also so ein Megaerfolg. Und er wurde damals von den Kritikern gehasst. Er war einfach nur schlecht und billig gemacht und menschenunwürdig. Also irgendwas war gerade vollkommen. Wo seid ihr denn, Mann, alle? Das gibt's doch nicht. Ich hab' aber noch nix gefunden. Ach, ich hab' grad irgendwie keine richtige Taktik. Das ist ja auch nix. Ist da alles schon reingeguckt? Ey, das gibt's doch nix. Ey, das gibt's doch nix. Find ich nicht so schön. Was denn? Ach, bist du der? Bist du hier so rumrennen? Nee, also... Ich bin grad sozusagen an dir vorbeigelaufen. Ah, Nummer eins. Mein kleiner... ...pigmentierter Freund. Oh, ja, Mutti. Oh, ja, Mutti. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Wir wurden irgendwie so komisch zusammengelegt. Du hast doch was verkippt. Du hast doch gerade irgendwie Benzin verkippt oder so. Da habe ich doch was gehört. Oder du hast sie auf die Hand geschifft. Eins von beiden. Ja, ist mein letzteres. Warum gehst du da wieder raus? Weiß nicht, ich habe Angst vor dir. Aha, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ach, das war dumm. Das war jetzt natürlich dumm. Hast du mich eigentlich mal angeworfen? Ja, einmal habe ich dich angeschnipst. Mh, deswegen bin ich jetzt auch verletzt. Tolle Wurst. Weil er durchs Fenster gehechtet ist. Und das werde ich wahrscheinlich nirgends. Heilsbray finden. Messer verschwendet. Meine Güte, wo ist er denn? Sie ist beknackt. Wie viele sind das denn hier überhaupt noch? Das sind noch relativ viele, aber ich finde überhaupt keinen. Was machen die denn überhaupt aus? Nichts machen wie die Pinne. Entschuldigung. Na, sie sind zu weit weg. Ich brauche Heilung. Ich humpel. Einfach nur wie so ein... Ach, Jason. Ach, auf der Brücke. Daneben gekrapscht. Das Krapschen kriege ich wieder nicht hin. Na gut, er kann seine Waffe verballern. Einfach nur grunzlig und bescheuert hier. Ach ja. Jason, du musst böse werden. Ey, der Typ hat halt auch so schnell Schiss. Komm, zieh deinen Schniepel aus dem Sack. Wie, Bikett? Hast du die Kuh? Es war eigentlich ziemlich cool, wie du mich gegrabt hast vorhin. Ja, das würde ich auch gerne bedenbar machen, aber ich kriege es nicht hin. Fuck you. Ach! Ah, das ist wieder einer, der kennt ja genau den Abstand. You are the sun of the bitch. Tja, da wolltest du mich von ihr weglocken. Da wollte er mich weglocken. Tommy wollte mich weglocken. Er hat mich mit angeboxt und sie war gefangen. Und da bin ich kurz weggegangen und hab ihr sozusagen... ...Zuflucht gegeben. Komm, werd sauer, böser, kleiner Jason. Also, ich glaube, du bist nicht mal in meiner Nähe und der hat so Schiss, jetzt bist du sauer. Jetzt, jetzt gibt's auf den Deckel, jetzt renn. Renn. Ah, es hat nicht gereicht. Okay. Wo ist denn hier, Bo? 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 Komm, Jason. Hehehe, Tommy. Du wolltest schwimmen. Nur wohin? Wenn die verdammt ist. Das ist gerade einfach nur Freude bei mir. Ich laufe ungefähr 0,5 Meter die Sekunde. Könnte es reichen? Das ist die Frage. Nummer 2. Ich muss dir später einfach mal erzählen, was ich gefunden habe. Sie haben keine Heilung. Mach sie zufrieden. Bitch. Bitch. Du alter. Gute Nacht. So. Hat das Spiel verlassen. Ertrunken, zerhackt, zerbrochen. Radisi noch am Leben. Alle anderen sind beseitigt. Mäuschen, Mäuschen. Piep einmal. Pieps. Danke. Danke. Dun 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 dun. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Cida! Er kommt! Hilfe! Er kommt, um zu töten! Er kommt! Oh Gott! Oh Gott! Ich seh einfach nichts! Oh, hallo! Okay! Du gehst durch die Wand! Das ist schlecht! Ich wollte drin bleiben! Und ich wollte dich eigentlich hier in der Küche killen! Jetzt geht die da wieder rein, ey! Ich krieg ein zu viel! Wartest du immer, wie viel Messer hast du denn? Ich hab einfach drei Messer gefunden! Das gibt's doch nicht! Und keine Heilung! Ach Gott, mein! Ist hier irgendwas? Ah, ja! Guck mal hier! Was ich gefunden hab für dich! Nein, wie geil ist das denn? Die gute Kopfwäsche! Der Lassenkopf! Muss gereinigt werden! So! Nein, ich hab echt einfach drei Messer gefunden! Wie gibt's das? Gibt's doch nicht! Und keine Heilung! Naja! Sag mal, übers Boot können doch eigentlich nur zwei Leute flüchten, oder? Ja! Ja, warum? Tommy ist... Die haben mit dem Boot auf ihm gewartet, auf dem Wasser, und Tommy wollte hinschwimmen und wollte mit rein! Aber es waren schon zwei drin! Naja, auf jeden Fall konnte ich dann Tommy killen, und die haben sich dann irgendwo komisch hingestellt, und da konnte ich sie auch killen! Oh! Das war relativ easy! Ich hab getankt! Das schöne Boot! Ja! Da hab ich dich ja... Da hast du vor allem viel verkippt! Das hab ich gehört! Ah, geil! Ich hatte den Dicken! Schön runter! Den Dicken! Der kann nicht tanken! Naja, stimmt! Fox hast du ausgewählt, aber sonst... Jason hast du nicht ausgewählt! Ja, ich hab aus Versehen auf Anwendung... Anwenden gedrückt und... Das bin doch ich! Das bin doch ich! Das bin doch ich! Oh! Ich bin's nicht! Oh, schon will das Spiel verlassen, ey! Und wo bist du? So ein bisschen nervig, die Leute, die dann hier... Das Nerf 2 verlassen das Spiel direkt, wenn sie nicht Jason sind! Ich hab nen Autoschlüssel! Egal! Okay! Ich bin im... Ich bin in dem... Ja? Ich bin im Nordwesten, oben beim Friedhof, an dem Haus! Warte... Ich bin in dem großen Haus! Hier war das hier! Warte mal, ich guck mal! Im Nordwesten beim Friedhof... Ah, okay! Oh, hier ist die Knarre, das will ich ja nicht! Ich find die gar nicht schlecht! Also wenn man trifft, ist er halt sehr lange gestaggert, aber man muss halt treffen! Ja! Das schon! Also ich hab schon mal zwei Highsprays gefunden! Nur, dass du's weißt! Oh, er ist bei mir! Fuck! Und er kommt rein, er kommt rein! Das könnte mein Ende schon sein! Bitte nicht! Okay, er ist schon drin, aber ich konnte noch rechtzeitig rausflüchten! Okay! Okay, ich bin ins große Haus, ganz im Norden, bei Higgins Camp! Jetzt hat er wen anders, die ist draußen und die hat hier schon schön für mich alles verbarrikadiert! Ah! Ah, du bist... Ah! Komm runter in das Haus, da bin ich und hier ist noch Highspray! Beim Großen! Da wird er wahrscheinlich gleich hingehen! Da kommt er einfacher rein! Okay! Oh, er ist drin! Er hat mich angeschnipst! Okay, ich hab nicht meine Waffe, ey! Oh, shit! Oh, kacke! Ich hau ab! Ich bin gleich tot! Ich verstecke mich hier in der Bett, ich hoffe einfach, dass er weggeht! Okay! Ich rufe mal schnell Tommy Jarvis! Also, falls er dich schnappen sollte! Oder mich! Ich verstecke mich hier in der Bett, aber er ist noch hier! Ja! Sie kloppt ihn, aber ich bin halbtot, ich kann nicht flüchten! Bist du so verletzt, oder was? Ja! Also, in dem großen Haus oben im ersten Stock habe ich Highspray gelegt! Ich kann da nicht hin! Oh, das bringt dir jetzt nicht so viel, ja! Er ist weg! Oder? Nein! Oh, scheiße! Der macht die alle! Ich kann die hier... Ich beobachte sie unterm Bett! Ja, vielleicht denkt er ja auch, dass du nicht mehr da bist! Ja, ich weiß! Aber, wenn sie tot ist... Und das ist sie gleich... Na, sie lebt noch! Hä? Es sind nicht so viele! Ich glaube, er ist weg! Ich glaube wirklich, dass er weg ist! Er ist weg! Oh Gott! Oh, ich kriege wieder Farbe! Er ist weg! Hatte ich ein Schwein jetzt! Ich bin so dermaßen verletzt! Geh in das Haus und runter, wie gesagt, ins Große! Muss erst mal gucken! Da ist im oberen Stockwerk! Hä? Ja, wo ist sie denn so schnell hingerennt? Alter! Das war richtig knapp! Alter, die kriegt so schnell Schiss! Oh, ich hab die Fuse! Fuck! Also oben ist das, ja? Ja! Ich hab die Fuse erstmal auf den Boden geschmissen! Weißt du, wo du hinkommst? Ne, ne? Da, wo die Fuse ist, auf dem Boden! Auf der Map! Und hier ist nochmal Heilung! Oh, geil! Nimm mit! Ich brauch! Ich kann nicht! Ich hab nochmal Böller auch! Wo ist denn das oben? Weiß ich grad nicht mehr! Liegt das irgendwo, oder ist das im Schrank? Ja! Ne, ich hab's hingeworfen! Liegt das irgendwo, oder ist das im Schrank? Ja! Okay, ich hab's! Nein! Ich hab gesagt, ich hab's hingeworfen! Ja, ich hab's! Sehr gut! Tja, wo kommt die Fuse hin? Warte mal, ich komm mal mit zu dir! Oder? Du hast dir ja schon alles abgesucht! Hä, da liegt ein Highspray! Hier hat er einen gekillt! Ja! Ne, ach so! Ne, ich hab da nochmal eins hingeworfen! Ah ne, das ist hier! Ich bin ja dämlich! Okay, ich hab jetzt erstmal drei Highsprays! Dafür, dass es eben so mau aussah! Ich hab, wie gesagt, den Autoschlüssel! Okay, hier steht ja auch noch eins! Ja, und ich hab jetzt die Fuse! Wir brauchen die Fuse! Warte mal, ich komm mal mit zu dir! Wo müssen wir jetzt? Wir brauchen eigentlich nur noch einen Tank! Dann können wir mit dem gelben Auto flüchten! Da ist schon eine Batterie drinnen! Mhm! Hier ist aber nirgends wo! Also, ich geh jetzt hier raus! Wo bist denn du? In der Scheune! Kommt da die Fuse hin? Ne, ne? Nein, das ist jetzt hier wahrscheinlich schon gesagt! Ähm, oder ich geh mal in den Norden, weil es sind alle unten! Nein, 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 nein! Er ist im Norden! Er kommt auf mich zu! Nein! Oh! Er ist beim Haus! Bei der Scheune! Ah! Fuck you! Geh doch! Du Olle! Ist die bekloppt oder wat? Was ist los? Ja, jetzt sind sie noch alle! Alter! Die ist so dusselig! Ich hab da A gehämmert wie sonst was! Hab ich lasst dich? Ja, schön! Dann rede nicht da an von deiner Fuse! Was soll ich denn damit jetzt? Er ist hinter mir her! Und du laberst von der Fuse! Ja, kommst du jetzt zu mir oder was? Ja, willst du mich verarschen? Er ist hinter mir her! Er hat mich angeschnipst! Na, tolle Wurst! Natürlich komm ich zu dir! Mit deiner Kackfuse! Dann komm halt rein! Wo bist du denn? Ja, ein Haus drüber! Er ist jetzt bei dir! Er ist bei dir! Er ist bei dir! Ich bin im Haus! Genau gegen! Neben dir! Soll ich reinkommen? Nee! Er ist nicht mehr hier! Oder er hat Stalken an! Ah doch, da ist er wieder! Ich höre ihn doch! Ja, aber er ist vielleicht hinter einem anderen her! Der da draußen rum rennt! Meinst du, er steht gleich... Oh, er ist bei mir! Ich komm ins Nachbarhaus zu dir! Ich hau jetzt ab! Nein! Doch! Das Auto fährt! Scheiße! Wir können nicht abhauen! Ich geh da wieder rein! Er wird gleich hinterher sein! Ich geh zum Auto! Du wirst doch wohl nicht... Okay! Sie nimmt mich auch nicht mit! Geht denn anders mit! Ich würd hier wieder reinkommen, ne? Ich bin jetzt woanders! Wait, wait! Sag dir einer auch! Ey, wir haben ja gar keine Chance mehr, was zu machen! Ja doch! Wo ist denn die Fusions? Wo hast denn du dir hingeworben? Ach ja! Dann kann ich den Autoschlüssel wegwerfen! Warum? Lass doch erstmal... Du weißt doch nicht, wo wir sehen kommen! Ja und? Wollen wir ein komplettes Auto jetzt noch auffüllen? Das schaffen wir doch nie! Ne, das schaffen wir nicht! Das stimmt! Sag mal, hast du den Fernseher bei dir laut? Ne! Okay! Ich bin jetzt hier bei dir in dem anderen Haus! Ich hab die Fuse aber im Gepäck! Ah ja! Okay! Also sie kann entweder nur noch... Sie kann entweder nur noch hier hinkommen... Es kann nur im Norden sein, oder? Nein, da war ich ja! Da komm ich ja her! Komplett? Also nur... Ja, aber links im Norden warst du nicht, oder? Doch! Ich war bei allen Häusern! Es kann nur links sein! Wir müssen über die Brücke! Dann müssen wir... Okay, warte! Lass uns zusammen gehen! Das Problem mit dem Norden ist, können wir dann uns nicht aufhalten? Los, komm! Komm! Der wird wahrscheinlich den im Norden verfolgen, dass wir die Fuse einsetzen! Mach langsam! Er kommt! Er kommt! Mach schnell! Nee, ich hau ab! Ich muss wieder zurück! Nein! Ich kann nicht! Oh! Oh Gott! Er kommt nicht zu mir! Er geht auf dich! Fuck off! Versuch dich da einzupunkern! Machen wir mal! Kann ich nicht! Also ich... Ich will dann gehen wieder auch! Ja, das spiel doch erstmal mit ihm! Das... Ich bin so schlecht in sowas! Ich bin so schlecht in sowas! Er ist noch nicht wütend! Hier links war noch gar keiner! Ich komm hier rüber! Doch, hier waren alle schon! Äh, ich verbarrikadier die Häuser! Da haben wir hier drei Häuser, wo wir mal rumtänzeln können! Oh, wieder alles aufgemacht, diese Säcke! Ich komm zu dir rüber! Ja, ja! Ins erste Haus! Das ist verbarrikadiert! Ich weiß nicht, ob ich's schaffe! Soll ich dir entgegenkommen? Er kommt auf dich zu! Scheiße! Hinter der Brücke! Oh! Ich komm zu dir! Okay! Warte! Ich hab keine Waffen mehr! Ich hab mich geheilt! Wo bin? Wo geht's denn lang? Hier! Komm zu mir! Okay, er ist umgefallen! Da in das Haus! Ich weiß, er bin geschlagen, aber... Hier hinten ist ein Fenster! Oh Gott! Meine Ausdauer! Kannst du rein? Oh Gott! Nein! Kann ich nicht! Oh Gott! Nein! Okay! Hab dich geheilt? Nee, ich war schon geheilt! Ich hab's nochmal gemacht! Du hast glaub ich dich geheilt! Ich glaub, er kommt vorne rein! Ist egal! Oh ja, ist müde! Fuck! Ich muss raus! Ich geh zum nächsten Haus! Ich glaub, er ist hinter mir her! Ich glaub nicht! Wo kommt denn diese fucking Fuse hin? Ah! Oh ja, er ist bei dir! Scheiße! Ich hab nicht mal ne Waffe! Aber es bringt ja auch nichts! Ah doch! Es bringt was, wenn ich dich retten muss! Ja! Hier kommt die Fuse hin! Muss mehr! Nein! Ich komm zu dir, aber ich muss erst kurz warten! Ich hab keine Ausdauer mehr! Okay, ich versuche den Stuhltanz! Oh Gott, du bist da oben! Ist ja noch eins weiter! Wie sollen wir das denn machen? Keine Ahnung! Ich werd sie fallen lassen müssen und ich probier's ja draußen oder so! Mach ich! Oh! Dieser dumme Sack, ey! Die ist so blöd! Was lässt sie fallen? Das Highspray! Ich hab jetzt die Füße hingelegt! Ich hab sie hingelegt! Draußen? Okay! Nein! Jetzt renn doch, du doofe Oschi-Tussi! Ja, ich bin tot! Nein! Dreh dich doch um! Jetzt sei doch nicht so dumm! Oh! Ja, ich bin tot! Sie brutzelt mich! Zurecht! Ah! Wieder der alte Klassiker! Du hast unten die Fuse ausgewählt! Und willst sie fallen lassen! Und es switcht wieder eins links rüber! Ich find sie gar nicht! Ist sie draußen oder drinnen? Oh! Neben ihm! Ist natürlich blöd! Hier draußen wär gut gewesen! Tom! Ja, willst du mich verarschen? Ich bin da rein und hab den Stuhltanz gemacht! Und dabei hab ich sie dann fallen lassen! Und natürlich ist das Falsche! Mach zu! Warum? Äh, da war er! Deine Chance! Jetzt hinten raus! Ja, komm! Jetzt, jetzt! Komm, komm, komm! Hinten! Fius einsetzen! Nein, jetzt ist er hinter dir her! Ja, er ist hinter dir her! Ja, komm, da sind ganz viele Fallen, ne? Oh, fuck! Hat er mich gleich? Nee, nee, er ist... Er macht gleich einen Schnipser! Er schnipst gleich! Er schnipst! Er schnipst! Gut, sehr gut! Tommy steht in deinem Böllerhaufen! Ah, der Böllerhaufen ist... ...ist fertig! Er kommt raus! Wo ist er denn? Mach dir das Fenster auf da! Er ist eigentlich nicht hier, irgendwie! Ah! Er ist drin! Scheiße! Tot! Tot! Ja! Hä, wie kam der jetzt rein? Ey, ich wusste nicht, wo drin ist! Ich dachte, er wäre draußen! Ja, ich dachte ja... Aber er ist gut! Er ist echt gut! Ah, jetzt kann man doch noch einmal staggern, wenn man das... Wenn man die Maske runterschlägt! Ja, da kann man Glück haben! Er holt sich dahinten extra ein Messer! Mann! Weil er schon weiß, gegen den Sack wird's schwierig! Hm! Er hat aber schon geworfen, oder? Oh Gott! Nee! Haha! Er hat schon mal geworfen! Was ist denn los mit dem? Was macht er? Das war gut! Hä? Wie konnte der sich so drunter wegducken? Na, das ist, wenn du die... ...den rechten Stick reindrückst... Und dann, ich glaube, R oder L1, das ist Ausweichen! Aber das ist so schwierig! Habe ich noch nie hingekriegt! Sagt cool aus! Ja! Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so effektiv ist! Ja! Okay, die haben alle die schnellen Jasons, ne? Nee, Teil 8 ist auch mit dabei! Ach so! Ja, das weiß ich nicht! Das heißt... Das bedeutet so viel wie... Nee, den hat auch wer anders! Wer anders! Das ist... Das ist der mit den Blutspritzern! Oh, guck mal! Der hat sogar das Ding hier! Der hat schon Level 150! Der hat schon Level 150! Ja, der hat schon Level 150! Okay! Ich bin im großen Haus! Ich auch! Mach die Mucke mal an! Kannst du uns gehen? Nein! Na gut! Warum? Der weiß doch eh, dass wir hier sind! Ich geh erstmal hoch! Okay! Das, wo man immer sagt, tu es nicht! Ich komm auch hoch! Aber wir sollten eigentlich zusammen bleiben! Ich hab nen Autoschlüssel! Super! Baseball-Kräude! Baseball-Kräude! Ah! Hey! Uh! Yeah! Uh! Baby, du hörst mir! Ich hab nur ne Pfanne bisher! Ist oben noch was zum Looten oder? Ähm! Das letzte Zimmer! Wenn du oben hochkommst, rechts! Das hab ich noch nicht gemacht! Ich mach jetzt hier unseren Rundweg! Auf! Beziehungsweise zu! Fenster auf! Tür zu! Das letzte, rechts! Da ist doch aber offen! Naja! Das ist links! Die Treppe hoch ist rechts! Da hinten ist rechts! Naja! Achso! Ich dachte den Gang runter und dann rechts! Oh! Der ist hier, ne? Ah! Und ich hab ne Bratpfanne! Der ist nicht hier unten! Doch! Jetzt beim Auto ist er! Wir gehen hinten raus! Ah! Ich hab mal die Tür zu machen können! Egal! Egal! Er ist direkt hinter dir! Er wollte gerade krapschen! Ich hab's gesehen! Okay! Er fliegt! Er fliegt! Er fliegt! Ich hau ihn! Ah! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Wo bist du? Warum rennst du weg? Ich hab mich extra rumgedreht! Ich hab mich extra rumgedreht! Damit ich dich hätte kriegen können! Ich hab nichts mehr gesehen! Ja! Ich dachte er grabst dich, dass ich dich dann aus den Fängen befreie! Ja! Ich bin auch ums Eck gelaufen! Und dann ist er hinter mir her! Der kann ganz schnell killen! Also ich hab ja hier schon dieses Perk, dass ich mich schnell aus den Händen winden kann! Das bringt gar nichts! Das gelbe Auto wird grad betankt! Ja, ich weiß, aber da ist er auch! Er ist irgendwie bei dir hier, ne? Ja, ja, lass ihn ruhig rausgehen! Oh, er macht sie unten alle platt! Beim Auto, beim gelben! Ja, ist schön! Ich bin halt grad aufs Fenster! Der springt wieder nur meiner! Oh! Ich bin... Mr. Gelkopf! Das ist super! Frisch gegelt! Die Locke sitzt! Oh, da liegt auch die Fuse rum, ne? Wo muss ich denn hin hier? Arsch der Heide! Weißt du, wo die Fuse hin muss? Nope! Könnte ja natürlich sein, dass die unten hinkommt! In das kleine Bootshaus! Ich versuche mir mal die Fuse zu holen! Boah, ich weiß nicht, ob du... Okay, mach mal! Er ist nämlich hinter den anderen her! Fuck! Er ist bei mir irgendwo! Ja! Die Fuse kommt zu mir! Scheiße! Da, wo er grad ist! Scheiße! Ich kann's nicht beschreiben! Wo er grad ist! Gut, seh's! In der Mitte des Hauses! Oh, er ist ja bei mir! Ja, drittes Haus! Oh Gott! Oh! Oh! Was ist denn los mit ihm? Warum rennt er die ganze Zeit an mir vorbei? Wo ist denn die Fuse? Hinten! Hinterm Haus, ne? In der großen Wand! Ich kann's dir nicht sagen! Ich hab's nur gesehen, dass sie da hinkommt, aber... Alter, er hat's auf mich abgesehen! Ja! Fuck! Hier komm ich nicht raus! Das Auto kommt! Oh, du Dödel! Und ich hab mich losgerissen! Okay, er spielt mit irgendwem zusammen! Ich wurde überfahren! Underfuse! Er hat mich überfahren beim Fuse einsetzen! Oh! Wir hatten nämlich jetzt hier kriegen können! Hier, dieser stinkende Russe! Ah! Ja! Ich seh's! Ey, bitte lass uns einfach diese Lobby verlassen! Das ist wahrscheinlich wieder... Nee, Rainbows ist auch tot! Nee, Rainbows hat er ja, glaub ich, zum Schluss... Also mit dem haben wir schon öfter zusammengespielt! Der hat einfach mal Bock, wen umzubringen! Das war jetzt... Aber das hier ist wirklich... Das ist wieder irgend so ein... Wer ist es denn hier? Der Russe, ja! Ja, der Russe! Komm, wir gucken, wenn ich's zu! Ist doch immer lustig jetzt noch! Ehrlich gesagt find ich's nicht so lustig! Ja, aber jetzt sind wir tot! Können wir hier nochmal gucken! Jeder, der das Let's Play sieht und mit diesem Russen zusammenspielt... Mobbt ihn bitte aus diesem Spiel! Mobbt ihn aus allen Spielen dieser Welt! Das ist irgendein kleiner, dreckiger, fetter Sack mit kleinen Pimmeln! Der sollte einfach... Das ist unnötig! ...für immer gemobbt werden in seinem Leben! Oh, ist der dämlich! Kann nicht mal fahren! Kann gar nichts! Level 150 mit Jason zusammen erspielt! Er schummelt! Okay, das mit dem Nicht-Fahren ziehe ich zurück! Er kann gut fahren! Ja! Kann echt gut fahren! Aber ich find die... Ja, das Spiel verlassen! Sag mal, die Grafik hab ich's aber nochmal geupdatet! Oder die sieht irgendwie geiler aus jetzt! Sie bringt sich selbst um hier! Keine Ahnung, ich spiel ja eh los! Ach die, ja! Aber da krieg ich mal keine Punkte mehr! Na doch! Wenn das Match zu Ende ist, kriegst du die Matchpunkte! Boah, das sieht ja gruselig aus! Jetzt hier im Scheinwerfer nicht! Ja! Mit wem spielt er denn? Knight und Pong Stinky Ruski spielen zusammen! Hä? Er hat das Spiel verlassen! Sicher? Ich dachte, der wäre vielleicht dran gefahren! Aber das kann ja nicht sein, oder? Nee! So, sie wird jetzt wahrscheinlich flüchten, oder? Ich hab keine Ahnung! Naja, sowas hat man halt immer wieder, aber das ist halt bei solchen Spielen, ne? Ist halt so! Ich meine, ich töte dich ja auch eigentlich, aber ich mach halt keinen anderen Tod! Zumindest nicht mit Absicht! Ich überfahre schon mal... Naja, ich habe auch schon welche überfahren, aber... Ach so, ja, aus Versehen! Ja, aber natürlich, aber versehentlich! Ja, das hätte ich ja auch ohne dich gemacht! Aber, können wir bitte die Lobby trotzdem verlassen? Na warte mal, vielleicht werden die auch rausgeschmissen! Ich habe es einen Bezatel! Hier ist er.